Grüezi miteinander. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie beim Waschen sparen können. Wenn Sie nämlich zu viele Waschmittel brauchen, dann wird die Wasch nicht sauberer, aber Sie brauchen mehr Geld und die Gewässer werden zusätzlich belastet. Damit man aber auch richtig dosieren kann, sollte man natürlich die Härte des Leitungswassers kennen. Diese Härte ist ja in der ganzen Schweiz sehr verschieden. Auf allen Coop-Wäschmitteln, auch auf den Teddy-Mat-Packungen, steht die genaue Wasch- und Dosierungsanleitung für die verschiedenen Wasserhärtegrad. Wenn Sie also gerne wissen möchten, wie hart Ihr Wasser zu Hause ist, dann können Sie das erfahren mit einem Coop-Teststreifen. Diesen Teststreifen taucht man kurz ins Wasser und je nach Verfärbung kann man feststellen, wie weich, mittel oder hart das Wasser ist. Verlangen Sie doch auch einen so wasserhärten Test, und zwar bei Coop an folgender Adresse. Hier sehen wir Sie. Die Adresse finden Sie übrigens auch auf den Teddy-Mat-Packungen. Neben den beliebten Coop-Artikeln finden Sie bei Coop auch bekannte Markenartikel. Tasche für alle Temperaturen. Ariel für Maschinen und Lavabo. Das flüssige Visier ohne Vorwäsche 30 bis 60 Grad. Lenor Super Konzentrat für weiche Wäsche. Bounce der Gewebeverrädler für den Tumbler. Oder Meisterpropper für noch mehr Glanz. Lässige Freizeitmoden auch für die Jüngsten finden Sie immer wieder im Coop-Warenhaus. Der bequeme BB-Pullover aus 100% Baumwolle. Ein pflegelichtes BB-T-Shirt mit glatten Puffärmchen. Auch dieses Modell gibt es in verschiedenen Farben. Die Kinderfreizeitbekleidung gibt es zu familienfreundlichen Preisen in Ihrem Coop-Warenhaus. Und jetzt habe ich noch eine Mitteilung für alle Einwohner von Frick und Umgebung. Morgen wird in Frick das neue Coop-Tuit-Yourself eröffnet. Ein kleines Paradies für alle Hobbyhandwerker. Gerade beim Fricktal-Center zu. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Reis und Boulet-Fleisch passen sehr gut zusammen. Ich möchte Ihnen hier gerne zeigen, wie man daraus einen schmackhaften Eindopf machen kann. Wir haben pro Person zwei Boulet-Schenkel ringsum angebraten. Hier habe ich die Siebel, Peperoni und Tomaten gewürfelt. Und das gebe ich jetzt über das Fleisch. Der Reis, Arborio oder Vialone wird auch gerade mitgedämpft. Dann löschen wir mit Bouillon ab. Und würzen mit einem Rosmarin-Zwiegli und mit Pfeffer. Vorsichtig mit dem Salz. Sie haben mit Bouillon abgelöscht. Jetzt lassen wir den Eindopf zudeckt 15 Minuten schmoren. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung, das wissen Sie ja. Es liegt jetzt an Ihnen auszuprobieren. Einen guten. Danke, dass Sie für uns gezogen haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet jetzt aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es sind alles Artikel, die Sie gut brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop. Alle Picanta und Kressi-Essig sind jetzt in der 1 Liter Flasche 40 Kappen günstiger. 1 Liter Dorina-Sonneblumenöl statt 5,60 Kappen jetzt 4,80 Kappen. Goldstart-Boulet per Kilo statt 6,10 Kappen jetzt 4,90 Kappen. 1 Liter Coop-Schokotrink statt 1,25 Kappen nur 1 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag eine Schale ausländische Erdbeere an 450 Gramm für nur 1,70 Kappen. Vollwäschmittel Omo statt 15,90 Kappen jetzt 13,50 Kappen. Gewebeverrädler Quanto Superkonzentrat 1 Liter statt 4,50 Kappen nur 3,50 Kappen. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Der Relax Liegestuhl Nizza mit einem stabilen Alu-Gestell jetzt für 49 Franken. Kodak-Film im Duopack 15% günstiger. Zum Beispiel für Pocket 750 statt 9,20 Kappen. Für Kleinbildkamera 7,90 Kappen statt 9,80 Kappen. Und für Instamatic 7,90 Kappen statt 9,80 Kappen. Dazu zwei Gratisentwicklungen. Auf Wiedersehen bis nächsten Mittwoch.